Hippolyte Flandrin war ein französischer Maler. Leben und Wirken Zusammen mit Henry Lehmann war Flandrin Schüler des Malers Jean-Auguste Dominique Ingress. Gefördert durch seinen Lehrer beteiligte sich Flandrin im Alter von kaum 18 Jahren an einer Ausstellung des Pariser Salos und seine eingereichten Werke wurden mit dem Prix de Rome ausgezeichnet. Der Preis beinhaltete ein Reisestipendium, welches Flandrin zu einer Studienreise nach Italien nutzte. Nach seiner Rückkehr nach Paris widmete er sich vorzugsweise der kirchlichen Malerei und schuf in strengem, auf die Prä-Raphaeliten zurückgehendem Stilgemälde, auf denen besonders der seelenvolle Ausdruck der Gesichter zu rühmen ist. Nachdem er Wandmalereien in der Johanneskapelle von St. Severin mit günstigem Erfolg ausgeführt, erhielt er den Auftrag, das Gor der Kirche St. Gemmer des Press in Paris auszumalen, wo er in seinem Einzug Christi in Jerusalem eines seiner Hauptwerke gab. Im Jahr 1853 zierte er die Seitenwände des Schiffs der Kirche St. Vincent de Paul de Paris mit Fresken in Gestalt eines Frieses und ward darauf Mitglied des Instituts. Bei Ausmalung der neuen Basilika St. Paul zu Nemes nährte er sich den alten Florentinern und Sienesen. Bei den Abseitenmalereien der romanischen Abteilkirche von einer Eibalion dem Stil der rafennartischen Mosaiken. Ohne jedoch seine klassische Formgebung, wie er sie aus Ingress Schule gewonnen hatte, preiszugeben, ausgezeichnet war er auch im Bildnis. Bei einem weiteren Aufenthalt in Rom starb Pflandrin zwei Tage vor seinem 55. Geburtstag am 21. März 1864 in Rom. Pflandrin wurde am 31. Mai 1863 in den preußischen Orden Purlimäid aufgenommen. Werke Christus lässt die Kinder zu sich kommen. Savinarula in Florenz predigend. Jüngling am Meeresufer, Paris, Louvre. Die schmerzensreiche Mutter. Punkt. Punkt. Punkt.